Hey zusammen und herzlich willkommen zum Anniversary ReCut. Und dieses Format ist dafür da, dass ich meine Schnittfehler von damals ausgleiche. Und ich will mal nicht wieder so viel quatschen, sondern tun wir uns jetzt einfach mal diese Cringe-Kacke an, die ich damals produziert habe. Deswegen willkommen zu Anniversary. Oder auch noch nicht ganz. Das habe ich total vergessen. Vor Atlantis kommt ja noch ein Level. Natlas Minen. Die sind allerdings relativ einfach, wenn man ein bisschen Plan hat, den ich nicht habe. Fuck, wir haben auch keine Waffen. Stimmt, der ist hinter dem Wasserfall, soweit ich noch weiß. Genau. Wie gesagt, wenn man hier ein bisschen Plan hat, ist es relativ einfach. Wenn man aber keinen Plan hat, dann ist es relativ schwer. GG Lara. Was auch immer das war. Es sah auf jeden Fall scheiße aus. Ich bin so ein Trottel. Und Lara ist auch zu Teil, die dumme Mensch. Ja! Das hier sieht eher nach dem Hauptweg aus. Also mache ich GG Lara. Back dich durch irgendwelche Texturen. Oh! Kamera. Bugs. Das ist ja schlimmer als im Tomb Raider 4 Multiplayer. Und ja, es gibt sowas. Ist man momentan noch in der Alpha, aber es gibt das. Wusste ich bis vor kurzem auch noch nicht. Und ab hier habe ich keine Ahnung. Und ab hier habe ich keine Ahnung. Wirklich, ich bin jetzt... Ich weiß einfach nicht, was man hier tun muss, weil ich das Level nie gespielt habe. Krass, Atlantis ist da drin schon, ne? Okay. Okay. Wir müssen jetzt hier mehrere Sachen einsetzen. Das weiß ich noch. Man kann ja mal probieren. Ratten. Nice. Ich hasse Ratten. Oh, ne rote Sicherung. Wo muss man die wohl einsetzen? Und jetzt verfolgen die mich auch noch. Na geil. Na geil. Hauptsache, die können keine Treppen laufen. Sieht nicht danach aus. Rote Sicherung. Nice. Uh. Okay, das ist wirklich nice. Nizza ditza. Irgendwie muss man in diesen kleineren Bereich kommen. Hmm. Hmm. Hm. Okay. Okay, das funktioniert schon mal nicht. Ah! Ich weiß jetzt nicht, ob das richtig ist. Nee, ist es nicht. Hä, bin ich dumm? Ich glaube, die Wortgruppe Hä, bin ich dumm, ist in diesem Let's Play die, die ich am meisten gesagt habe. Oder auf meinem ganzen Kanal. Hä, bin ich dumm? Ich glaube, ich habe schon lange nicht mehr sowas Akkurates gehört wie das. Wundervoll. Das wird aber, glaube ich, echt so sein. Denn ich stelle mich manchmal echt hot an. Oh, eine Kiste, die man hin und her schieben kann. Oder auch nicht. Voll special. Da kannst du noch mal Knöpfe drin drücken. Und was bringt mir das jetzt? Nicht. Frisch, oh. Und was hat mir das jetzt gebracht? Ah! Jetzt habe ich es verstanden. Also jetzt von rein Theorie her weiß ich jetzt, was du willst. Das Ding ist bloß, ich weiß nicht, wie du da hinkommen sollst. Ich schätze nämlich jetzt einfach mal, du brauchst alle drei Sicherungen, um irgendwelche Sachen mit den Sicherungen anzustellen, damit wir hier weiter können. Also das ist meine reine Theorie. Ich glaube nicht, dass es richtig ist. Oh nein, die Ratte. Wo ist eigentlich die andere? Da ist die andere. Ja, nice. Ha! Wie Lara guckt. Die Ratte muss sich unziemlich verarscht vorkommen. Ich verstehe einfach nicht, was ich machen soll. Also doch, ich weiß schon, was ich machen soll an sich. Aber ich weiß nicht, wo ich es machen muss. Was sagst du zum fünften Mal, Lara? Aber wie denn? Ich weiß auch nicht, wo die anderen zwei Sicherungen sind. Vor allen Dingen weiß ich auch nicht, wie du da rankommst. Das wäre auch eine ganze Erleichterung, wenn Lara das hin und her schieben könnte. Ich check's nicht. Ah! Vielleicht darüber? Nee. Ich lock mal kurz die Ratte her. Das Ganze ergibt aber wirklich nicht so viel Sinn. Nicht schon wieder. Tchihi! Ich liebe es, Bugs zu finden. Ich hoffe, wir haben jetzt die eigene Sicherung schon. Wenn nett bin, die ich am durchdrehen, Leute. Es sieht auf jeden Fall danach aus, als wäre die schon vorne eingesetzt. Nice. Ich check's einfach nicht. Ich bin zu blöd dazu. Ich beeil mich. So viel bin ich echt blöd, oder? Das geht einfach nicht. Ich glaub aber eher ersteres. Hä? Moment mal, kannst du die Kiste schieben? Natürlich nicht. Warum denn auch? Jetzt ist hier diese Scheiß-Ratte wieder. Die mir wohl scheinbar nicht folgen kann, weil die auf der falschen Seite von den Schienen ist. Was sich hier vorne festgebackt hat. Genau das war's. Die hat sich festgebackt. Was, 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 was... Was, 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 was... Was, 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 was... Das war's. Ich kenne mich grad relativ wenig. Quach! Fehler gefunden, Leute! Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017